Hallo, wir untersuchen Funktionen vom Typ f von x ist gleich k mal x mit Hilfe von Schieberegeln. Wir geben ein in die Eingabezeile der Funktionsterm für die Funktion f von x lautet k mal x. Nach dem Drücken der Eingabetaste werden wir aufgefordert, k als Schieberegler zu verwenden. Mit dem Schieberegler lassen sich nun verschiedene Werte einstellen, wobei die zugehörigen Gleichungen im Algebrafenster und die dazu passenden Graphen im Grafikfenster angezeigt werden.